genau der heutige rast ist der liebe adolan so und wir kommen auch schon gleich zum wichtigsten der folge und so haben wir letzte folge so einen kleinen cliffhanger gemacht ja natürlich und sagen jetzt war ein kleines cliffhanger gemacht und zwar wollten wir ja diese genau ja so und da wollten wir diese folge die legendäre diamantenspitzhacke bauen und ich würde sagen da ist die diamantenspitzhacke hier ihr seht wie sie dann sagen in meiner hand erscheint hier ich würde sagen wir gehen auch gleich schon mal meinen allerdings sollte ich die als spitzhacke als haupt spitzhacke benutzen denn sonst ist die andere spitzhacke gleich leer ja genau ja du hast jetzt mal gerade die sticks zusammen du j 169 169 pass auf du war übrigens nur kurz als info j 169 du musst sehr gut auf den aufpassen weil der macht gerne der baut gerne mal scheiße der dingens der adu land was ist das witzig 32 31 f 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 ja das ziel für die heutige folge das ziel für die heutige folge ist auf adu land aufzupassen so dass er nicht keine scheiße baut und nicht das haus in die luft sprengt und kein feuerzeug findet ja reicht man ja reicht man durchs mikro Nach der Folge fährt der J369 bei euch vorbei und gibt euch ein. Außenseite haben die das jetzt nicht verstanden. Und das sollte auch gar kein Witz sein. Ich meine, er bringt immer Witze, aber wir sind immer scheiße. Deswegen nicht auf ihn hören. Ich würde sagen, aber dadurch, dass deine Witze so schlecht sind, solltest du ein Witzealbum rausbringen. Hör rüber auf! Fängt der schon wieder an? Fängt der schon wieder an? Baut der schon wieder, äh... Baut der schon wieder drei Blöcke unten quer und dann zwei Blöcke in der Mitte oben drauf? Aniko, geh da oben auf dein Zuhause. Horus, geh da hoch auf dein Zuhause. Ey, dein Zuhause ist irgendwo in einem Erdloch. Nee, auf diesen einzelnen Block hier oben. Ja, genau. Rüber bauen und an den Weg abbauen. Und da darfst du dann dich farmen. Aber keine Bäume... Ja, doch, du darfst auch Bäume anpflanzen für Holz. Allerdings weiß ich nicht, wo du dann stehen willst. Er wechselt den Baum mit hoch. Ja, genau. Ich stöße da bestimmt wieder das Essen. Hier ist ein Apfel, da bist du ein Essen? Nein! Nein! Hör auf, den goldenen Apfel zu essen. Ich mach einen OP-Apfel. Ich sitze da raus und verwechsel ihn mit einem normalen, äh, Apfel und esse ihn aus der Seen und dann ist er weg. Das ist mir mal im Singleplayer passiert. Das ist mir mal im Singleplayer passiert. Oh, ich hab's, Nico. Ich hab's, dass du essen. Hier, die Kaffee. Ess den, essen, bitte. Ess den. Ich komm gleich mal hoch und schau mal, was ihr Deppen da oben schon wieder anstellt. Nein! Entschuldige, ich hab' leider nicht recht viel geträftet. Ich hab' ich echt geglaubt. Was gibt's denn noch mal für Infekte? Ah, nee, komm, den hängen wir bei uns auf. Wir haben ja eh einen... Sitz... mit dem Faden. Wie macht man noch mal eine... Ups, Außersehen Enter gedrückt. So, ganz Außersehen Enter gedrückt. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. So, und bitte zu entschuldigen, dass im Moment gerade das Telefon klingelt. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Meine jetzt... Ich strip meine jetzt mit den Diamanten. Ich strip meine mit der Diaspitzhacke. Mami! Da ist Lava, da ist Lava. So, also Strip-Mining ist damit heute beendet. Hier, da war Lava und ich hab' Angst vor Lava. Alter, wie schnell die Hungerbalken runtergehen. Zwei Creeper auf einmal! Ich bin hier nicht! Ich bin hier nicht! Mami! Ich bin hier nicht! Ich bin hier nicht! Wie war denn da Mami? Hä? Der hat mich nicht angegriffen. Nur der eine ist in den Luft geflogen. Die Hungerbalken gehen sowas von extrem schnell runter. Nee. Ich bin hier doch normal. Ja? Ich hörte, wenn das Video online kommt, frag mich wieder, warum ich einen Stackkobbel im Inventar habe. Was machst du? Ich hab' mir eine... Ja, genau. Nicht vergessen zu sagen, ist natürlich, der liebe Aduland nimmt auch auf und checkt auf Adolfälle mal auf. Der hat keine Diamanten mehr. Ja. Hast du dir gerade ernsthaft zwei Schaufeln daraus gemacht oder was? Natürlich zwei Schaufeln. Nichts anderes. Ja, die Ecke. Hör auf, dir einen Diamanten schwer zu machen. Ähm. J369, hör auf, dir einen Diamanten schwer zu machen. Ähm. Ähm. Äh, da ist was anderes. Ich mach' den... Ich mach' den... Ich mach' den... Ich mach' den Ton an der Stelle leise. Kein Problem. Ja, äh. Und der Yannick muss ein Problem haben. Hey, hey, kraft mich nicht an. Ich hab' dir nicht immer wieder zu lassen. Ey, kraft mich? Ich krieg' dich trotzdem da und... Ich hab' ein kurzes. Lass mich jetzt. Ich hab' keinen Stress hier nicht. Ich hab'... Ey, ey, ey. Willst du Stress? 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 Ja, natürlich. Du hast einfach nur ein Diamantenschwert, aber sonst keines geht's. Ein bisschen PvP-Skeller. Ja, alles klar. Alles klar. Niko, du schleißt dich jetzt nicht von hinten an. Raus! Raus! Weg! Hau ab! Ich will hier keine fremden Leute! In meinem Haus! Äh... Trotzdem fremde Leute. Kann mir jemanden Fisch fangen? Ah! Hilfe! Nein! Mami! 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 Ich muss jetzt Mami ja schreien. Dann bin ich weg. Hä? Ach, scheiße! Ich hab... Ich hab den... Diorite Block... Ich glaub, das ist ein Diorite Block... Der hier steht, der hier fälschlicherweise platziert wurde. Habe ich gerade für ein Schwein gehalten und drauf rumgekloppt. Das muss ich später raus. Mami! 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 Und da ist der... Mami! 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 mir wird kalt mir wird kalt mir wird kalt und er wird so kalt ich hab doch kaum herzenhilfe 8 das rafft er nie oder jetzt noch ein schwein ne ach scheiße blöder direct lock baby 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 ja durch das neue bvp system mache ich dem keinen schaden ich kann ihm keinen schaden machen ich muss trotzdem dauer hätten ja trotz die muster hätten weil sonst kommt der der kann wieder auch in der zwischenzeit verpasst er mir mindestens ein hit er 345 ich habe es auch nicht bis nach hause das ist doch wieder so scheiße hier ach du da geht gleich ein creeper bei unserem haus hoch oh man hier sehen sie zwei hier sehen sie zwei zwei hier sind die 29 ich mache mir jetzt erst mal einen regenschutz sonst wird mir noch jetzt wollte ich jetzt wollte ich das jetzt wollte ich das eisen schon im crafting ich wollte gerade das eisen im crafting table verstauen nicht dein ernst hier komm rein bleib draußen ihr sterbt jetzt alle da draußen ihr verreckt so gefällt mir das so gefällt mir das nein raus komm rein kommt rein die greifen doch nicht an mach mal die tür auf nein Oh, du. Ich mach mal die Tür auf, ne? Möchte wer rein? Ah, hallo. Sie, werter Herr. Sie auch. Kommen Sie doch rein. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Noch jemand? Hallo. Hallo, Herr Skelett. Herr Skelett. Ah, Herr Skelett, möchten Sie... Ey. Nichts. Ach, scheiße, es geht die Tür hinweg. Ah, fack. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Hallo. Alter, alter. Er macht das gute Glas kaputt. Er macht das gute Glas kaputt. Warte, er muss neues Glas rein. Warte, ich repariere das jetzt professionell. So. Ich wollte dann... Ich hab das Glas hier etwas dicker gemacht. Damit da auch keiner mehr durchgreift. Ah, das Skelett. Hier, komm rein, Skelett, komm rein, Skelett, komm rein. Mann, der soll reinkommen. Du hast hier wohl einen. Das geht ja mal gar nicht, ne? Äh. Scheiße, wir haben kein Eisen mehr. Alles nur deine Schuld. Das ist... Das da braucht sowieso nix. Nein, nein. Hallo, möchte ein Creeper... Hallo, Herr Creeper, möchten Sie... Nein. Herr Creeper, möchten Sie rein? Weißt du noch, wo ich... Bei einem alten... Hallo, wer ist denn da draußen? Dass du dir... Dass du dir alles schnappst, ist klar. Weißt... Weißt du noch, damals im Singleplayer-Projekt, wo du mir kein... Wo du mir von zehn Diamanten nur drei anstatt fünf abgegeben hast, wo ich danach stundenlang Obsidian gefarbt hab, die Omelette, die ich mit Sankt verbraucht hab, in dein ganzes Haus mit Obsidian eingebaut hab? Weißt du noch? Im Tech-It-Projekt. Komm rein! Den Esel? Mami! Hilfe! 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 Aua! Ich doch nicht. Ich hab... Ich hab denen doch keinen Schaden gemacht. Er soll noch so ein halbes Herz haben. Das wär gut. Herr Skeletten, kommen Sie doch rein! Komm, Sie rein! Skeletten! Komm mal rein hier, Schwachkopf! Ah! Äh! Okay, TV! Mal schauen, ob ich... Mal schauen... Mal schauen, ob ich einen Creeper bekomme. Der Esel ist noch... Der Esel ist noch am Leben. Der ist noch... Ah! Hilfe, hier ist eine Spinne! Ah! Ah! Ich breche ein! Ah! Ah! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Komm, 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 komm! Ah, du, 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 du! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ich hab kein... Warum hab ich auch kein Scheiß Schild? Die Spiele macht mir durch die Tür Schaden. Scheiße, Alter! Ich hab kaum noch Herzen hier! Fuck! Ja, ich würde aber sagen, wir graben hier mal auf. Wer braucht schon Schutz? Äh, wow, das Glas hast du aber toll repariert. Warte! Warum kannst du das nicht einfach mal richtig machen? So. Nö, ich würde sagen, wir machen hier einen... Ende der Folge... Einen Kutt! ...dass wir die Nacht überspringen, weil... ... das will hier in einem Chaos enden. Nein, das Chaos ist gut! Das macht Spaß, das Chaos. Vorschläge habt. Genau. Ciao! Ciao!